hallo und willkommen zurück bei mini motor race wollen wir mal gucken was uns als nächstes erwartet für eine stadt erstmal letztes mal moskau moskau haben wir letztes mal freigeschaltet wir fangen direkt mit der brücke an so können wir die dann weiter ziehen nein schade es zählt als eine brücke es sieht noch kleiner aus als das beim letzten mal also die stadt aber wenn es so wächst wie ich mir vorstelle dann müssen wir wahrscheinlich hier noch eine brücke rüber ziehen und wahrscheinlich dahinten noch eine brücke rüber ziehen also ich glaube ich hier sind brücken doch wichtiger man wird erleben ja mal ist nein ich kann doch jetzt noch nicht kaputt gehen wie soll ich den anbinden nein wie viele brücken habe ich denn straßen das darf nicht sein was für ein mist ja schön doch mal den gott sei dank eine neue brücke gekauft was habe ich verkehrt gemacht nein gehen wir mal da lang ich kann das gerade nicht ändern ist nicht schön oh gott oh nein oh nein was soll ich jetzt machen diese brücke muss hier weg geht ja auch nicht wie kommen wir zu diesem gebäude ich sehe gerade nichts anderes was irgendwie funktioniert das ist aber ich gerade schlecht mega schlecht das geht so gar nicht viel zu viele einfahrten hier oh wie grottig naja drei autos sind unterwegs für das ok es gefällt mir überhaupt gar nicht aber ich muss jetzt erstmal damit leben ich glaube um das nächste freizuschalten muss man 300 fahrten hier schaffen obwohl jede fahrt ist ja ein punkt dementsprechend ist das glaube ich zu regeln samstag ok wir haben noch eine straße es ist wochenende das baut ja wohl kein gebäude nein gut wir nehmen mal einen kreisverkehr schon mal mit ich habe das gefühl wir brauchen macht es vielleicht sinn das hier zu ziehen man sagt hier wenn das hier wird die hauptstraße also quasi den weg ich muss echt warten bis das letzte auto rüber gefahren ist das dauert jetzt jahre könnte es jetzt endlich passieren dass die brücke verschwindet danke ziehen wir jetzt so jetzt ist hier unten momentan reines wohngebiet naja ja das geht auch nicht das ist wirklich misst wir brauchen noch eine brücke es wollen zu viele da lang aber ist ja klar ich kann nicht an einer bestehende brücke anbauen ist das mist wir haben 30 straßen schließen den erstmal da an brauchen halt noch eine ausfahrt das ist eine brücke ich krieg die krise na so wollte ich das ok ok das ist ja jetzt ich habe keine straßen mehr so viel zu das ist jetzt ja easy wir haben dienstag und haben keine straßen mehr dann teile ich die wo die blauen haben sitzen ewig weit das ist richtig schlecht dann wäre es besser wenn ich das alles lösche und sie da lang fahren ließe mega mega schlecht ich hatte eben noch oh die 300 fahrten mache ich hier locker ich schaffe ja nicht mehr 2 also 200 das ist ganz schlecht gelaufen ah ok den timer haben wir gerade noch mal geschafft aber wenn der eimer da war kommt er wieder ich brauche straßen und ich nehme auch nur straßen scheiß auf den kreisverkehr jetzt verbinden wir erstmal das wieder damit hier eine neue durchfahrt ist damit die hier lang abfließen können ich hoffe die tun es kann ich den kreisverkehr da nein kann ich da auch nicht setzen ganz schlecht ganz ganz schlecht ich dachte er spawnt immer zuerst da wieder was aber nein das ist auch zufällig ok habe ich noch eine brücke bitte hab noch eine brücke ich habe keine brücke mehr ich brauche diese brücke jetzt erst ich leih mir die brücke um das zu verbinden ich habe es ja gesagt am anfang wir brauchen brücken schlecht ist das sehr sehr schlecht ja gut das gelbe gebäude ist jetzt nicht das problem diese brücken problematik ja komm da brauche ich wenigstens keine brücke nein warum spawnt ihr so das ist noch nicht gut das sehe ich auch ich habe noch eine straße jetzt habe ich auch vergessen was ich machen wollte warum ich denn da eine straße gesetzt ich bin da gerne setzen ist nicht schön aber ich spare mir eine brücke ja das haus muss ein bisschen warten jetzt häuser sind auch nicht so schlimm wenn diese grauen dinger nicht alle ein timer auf dem korpetten oh mein gott das wird so peinlich oh 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 nein leute es ist mittwoch ganz ehrlich nutzt diesen highway einer nein den brauche ich jetzt wieder doch der braune hat benutzt shit aber hier es geht eh vor die hunde ich bin kaputt es ist nicht zu fassen keine 300 punkte oh wie peinlich nee nee ein direkter neustart den versuch uns direkt erneut ach so es ist also auch random wie der wie es als erstes steht ich dachte es wäre gleich wie spawnt kann ja auch gar nicht jeder baut seine straßen ja auch anders habe ich gar nicht drüber her gedacht das bedeutet man kann auch ein bisschen glück haben beim ersten mal vielleicht ist es jetzt schon besser aber so wie ich das sehe nicht man könnte hier über den fluss gehen man könnte da über den fluss gehen ja ok huch nein hier hat es kaputt gemacht so erstmal schnell laufen lassen so na ich werde langsam laufen lassen ich bin egal oh cool eigentlich eine Brücke nur letztes Mal mussten wir die Brücke schon umbauen einmal das gefällt mir nicht so das gefällt mir besser ich kann hier ruhig noch ein Haus bohren das wäre direkt angebunden ah ok wir haben gelernt Brücken sind nicht schlecht also nehmen wir diese auch mit sind wir darauf schnell ja ok wir können doch nicht da unten lang können wir so da durch ja das geht ich glaube das habe ich vorher auch noch nicht gemacht dass das klappt ist natürlich auch nicht verkehrt wird dieses Haus ah das geht nicht ok das ist so vielleicht durch die Gasse hier quetschen aber ist ja auch kein Muss noch nicht so blau kommt dazu ich glaube ich würde die gerne so damit läuft das erstmal und wir haben eine schöne lange Straße war zwar teuer aber vielleicht nicht so verkehrt ich glaube die Brücke ist trotzdem nicht verkehrt ich glaube gut wäre es wenn man schon mal planen würde hier unten eine Straße zu bauen die vielleicht so nach hier ginge kann ich ja gleich wieder abreißen wenn wir die Straßen brauchen sollten ich glaube Frühplan ist nicht verkehrt und naja jetzt hat es uns ja tatsächlich sogar was gebracht ich hätte natürlich gerne die Straße noch weiter gezogen aber jetzt sind diese beiden Häuser hier ist eben so könnte ich nur mal sagen keine Brücken mehr könnte ich sagen ich ziehe die hier lang ach straße habe ich auch keine mehr zum bauen ok dann warten wir erstmal was so passiert Brücke nehme ich gerne machen wir das so dann haben die nur eine die teilen sich eine Einfahrt dann habe ich nur eine Kreuzung hier was auch viel wert ist so hinten gibt es beide eine Kreuzung gehabt müssten wir zweimal hier stocken 100 ok eben sind wir kurz vor 300 gestorben das wollen wir nicht nochmal ich kann es sich ändern was passiert passiert ich wollte gerade sagen die Grauen müssen ja Gott sei Dank nur nach links und rechts fahren das hat sich gerade auch erledigt machen wir das so hat er noch eine Brücke auf Tasche ja ja hier hinten wird gleich auch was bauen garantiert ich habe das Gefühl ich brauche mehr Brücken und dann nehmen wir sie auch direkt mit dann sind wir erstmal auf der sicheren Seite die blauen Gebäude sind meist hier oben die kommen ja noch überall gut ran aktuell läuft es ja erst mal blöd verbinden besser so als anders läuft 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 bei uns das Stückchen machen wir da mal weg obwohl das blockiert ja auch irgendwas okay das grüne Häuschen die grünen Häuschen mache ich natürlich machen wir mal so und so das nicht nein so schöner ich will dass da eine Ecke ist gefällt mir besser wird da oben so viel gebaut und da unten nicht mehr aufgepasst geht auf jeden Fall ran Kreisverkehr brauchen wir nicht wir nehmen lieber die Autobahn zwei Brücken auf der Tasche zu haben ist auch gut die Autobahn die Autobahn das Gebäude ist aufgelevelt machen wir das mal so mehr Kreuzungen mehr Wege die fangen gar nicht erst los zwei Brücken so dann haben wir hier auch schon mal eine Straße gebaut die man ergänzen könnte später oh hier sind ganz viele gelbe Häuser die auch noch angebunden werden möchten das blaue da oben auch keine Straßen mehr sehr gut ja aber es ist Samstag gleich gibt es neue das kann ich nur anschließen nehmen wir mal 30 Straßen oder einmal die Autobahn die Autobahn ist eben der Vorteil man kann komplett über die Karte gehen das nehmen wir an den Bau tja ob das so eine gute Idee war damit sind wieder alle angebunden ziehen wir den Highway keine Straßen mehr sehr schön die muss ich da rausziehen so wieso geht er hier unten mit den weißen Häusern ich habe gar keine Straßen mehr das ist schlecht jetzt gerade spawnen aber viele Häuser hier oben das gelbe ist immer noch da das war eben gar nicht da das blaue war eben das Problemhaus ja keine Straßen mehr ich wollte es auch gar nicht so fertig wir brauchen Straßen kein Kreisverkehr das kann man eigentlich auch sagen man sieht das hier oben und eventuell fährt ja irgendwer Stadt durch die Stadt da lang wir können es ja allgemein auch verbieten ich habe keinen Kreisverkehr wir können hier auch einen Highway ran setzen vielleicht auch da liegen dann geht es einmal von links nach rechts naja und von unten nach oben so mehr oder weniger da ist immer noch kein Haus aber jetzt haben wir schon 609 Punkte perfekt läuft so das weiße Haus da unten noch verbinden wir nehmen noch eine Autobahn dazu und dabei ist die Karte auch schon groß geworden naja so wir sind da entstanden mal schön mit verbinden jetzt geht es aber Schlag auf Schlag ups das wollte ich nicht die Straßen können dann wieder weg das weiße Haus noch da mit dran und sind jetzt alle verbunden nein blau natürlich wieder nicht aber es läuft es läuft doch nicht hier haben wir einen super Knotenpunkt scheiße finden wir das mal nach da dann können wir noch ein paar einen Umweg fahren aber das hilft halt echt überhaupt nicht wir müssen den Verkehr da oben irgendwie weg kriegen und sehr viele grüne Autos nehmen wir mal haben wir noch eine Brücke? nein nehmen wir die Brücke lieber ja ich glaube das war es dann glaube ich auch schon wieder ja da war es 64 Tage 833 Punkte besser als der letzte Durchlauf würde ich sagen das war es mal wieder bis zum nächsten Mal das nächste Video kommt bestimmt und tschüss das jetzt es ist wir sehen uns nachdem die